Ekaterina Leonova hat noch keine Kinder, ein Thema, auf das sie des Öfteren angesprochen wird, und das ihr jedes Mal weh tut. Let's dance, Ekaterina Leonova? Warum hast du immer noch keinen Ehemann, und keine Kinder? Als Promi in der Öffentlichkeit zu stehen ist nicht immer leicht, das weiß auch Ekaterina Leonova, 36. Wie viele andere Stars auch wird auch die Tänzerin des Öfteren über Privatleben ausgefragt und dabei auch mal mit der ein oder anderen Frage konfrontiert, die für sie einen Schritt zu weit geht. Offiziell gilt der Let's Dance Star als Single, auch wenn viele Fans vermuten, dass sie heimlich mit Timon Krause, 29, zusammen ist. Zuletzt wurde jedoch über eine Trennung des angeblichen Paares spekuliert. Was tatsächlich in ihrem Privatleben los ist, weiß nur Ekaterina selbst. Für die Öffentlichkeit ist die 36-Jährige jedenfalls Single und kinderlos. Ein Thema, auf das sie mit ihren 36 Jahren immer wieder angesprochen wird. Wie die gebürtige Russin nun verriet. Insbesondere in ihrer Heimat würde die Frage immer wieder aufkommen, so Ekaterina gegenüber web.de. Vor allem in osteuropäischen Ländern ist dieses Kinderthema sehr akut. Die Frage, warum hast du immer noch keinen Ehemann und keine Kinder, wird mir oft gestellt. Let's Dance Ekaterina Leonova empfinde es als unangenehm. Autsch! Eine Frage, die ganz schön verletzend sein kann. Das findet auch Ekater. Die Zugab, was diese Aussage in ihr auslöst. Ich empfinde das inzwischen als unangenehm. Und es tut auch schon weh. Grundsätzlich würde sie sich auch Kinder wünschen, doch beschleunigen könne sie das nicht. Natürlich wäre es möglich, ein Kind alleine groß zu ziehen. Aber in meinem Beruf wäre das nicht so einfach, zumal niemand aus meiner Familie hier in Deutschland lebt, um mich zu unterstützen, so die 36-Jährige. Eines Tages wird sich aber bestimmt auch für Ekaterina dieser Wunsch erfüllen. Bis dahin wird ihr die Frage nach dieser Aussage ja vielleicht etwas weniger gestellt. Die 독ente E-S效果 von E-S效果 von Ende. Denn persönlich Luna, es gibt nicht mehr Einbruch des Neuk dale nicht zu verlassen. Bis dahin10 Euro Both machen alles klar Hilfe. Nee, sie sind vielleicht etwas weniger gelobt das erste E-S效果? Wenn Sie ein Fall von erobern wollen, haben Sie & testament als Enf auch in der Moment nichts mehr parce, zur än Aufbeflnings der ne famous九ajinheit zur извест plateate. Vielen Dank.